Als Wasserversorger haben wir Ihnen und der Umwelt gegenüber eine große Verantwortung. Wir garantieren Ihnen als Verbraucher bestes Trinkwasser. Der Natur garantieren wir die bestmögliche Klärung des Abwassers, sodass der natürliche Kreislauf aufrechterhalten werden kann. In Mecklenburg-Vorpommern verbraucht jeder privat durchschnittlich 90 Liter am Tag. Wie können wir also sicherstellen, dass Verbrauchswasser qualitätsgerecht und umweltschonend aufbereitet wird? Dafür reinigen wir Versorger das Abwasser in einem mehrstufigen, hochkomplexen Verfahren. In der mechanischen Vorklärung werden Feststoffe mittels einer Rechenanlage entfernt und fachgerecht entsorgt. Anschließend wird das vorgereinigte Abwasser mithilfe von Mikroorganismen biologisch aufbereitet. Nun können Wasser und Schlamm voneinander getrennt werden. Dabei setzen sich feinste Teilchen am Boden der Nachklärbecken ab, werden weiter entwässert und der geschlossenen Faulung zugeführt. Die entstehenden Gase dienen der Energiegewinnung, werden in Elektro- und Wärmeenergie umgewandelt und können somit zur Selbstversorgung unserer Betriebe genutzt werden. Der Klärschlamm mit den gebundenen Schadstoffen wird unter strengen Auflagen fachgerecht entsorgt. Wir möchten jederzeit für die besten Klärbedingungen garantieren. Das kostet Sie nur 4 Euro für 1000 Liter. Wir finden das Ihnen und der Umwelt gegenüber fair. Sie können uns aktiv unterstützen, diesen hohen Standard zu einem fairen Preis zu halten. Essensreste, Feuchttücher, Hygieneartikel und Medikamente verursachen jährlich immense Schäden und hohe Kosten. Sie verunreinigen die Rohrleitungen, beschädigen die Kläranlage, sind schwer herauszufiltern und belasten die Natur. Helfen Sie uns, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Im Interesse unserer Umwelt. Verweilen Sie eine Kinder für eine fluchtem realizesavais transmitted, die zweite Stand Miranda war truk. Sie verunreinigen, женщ